Hallo, mein Name ist Aquila. Willkommen zurück zu Call of War mit dem Kaukasus. Wir haben Tag Nummer 7 und wir stehen auf dem ersten Rang mit 260 Punkten. Ist schon sehr deutlich. Also wir haben wirklich einen großen Abstand. Spanien sind die nächsten mit 110 Punkten, dann auch noch Libyen und dann erst unser Ally Türkei und dann Kanada beide mit 100 Punkten. Also wir sind schon wirklich deutlich vorne. Wir haben sehr viel Land eingenommen, viele Städte und auch ganz Polen jetzt eingenommen. Und damit stehen wir wirklich gut da. Unsere Produktion ist stark. Wir haben viele Ressourcen pro Stunde. Es hapert immer noch so ein bisschen an der Arbeitskraft tatsächlich. Das ist immer unser größtes Limit für den Bau von Gebäuden und von Einheiten. Aber alles andere ist stabil. Gerade Stahl war ja so ein Problem am Anfang und das geht inzwischen super klar. Mehr als genug Stahl. Ich müsste eigentlich dringend mal ein paar mehr Gebäude bauen. Ich weiß gar nicht, was es noch gibt eigentlich zum Bauen, das nur Stahl kostet. Ich glaube, die kosten alle noch Arbeitskraft, ne? Von den Gebäuden her. Oder nee, ich lüge. Panzerwerke könnten wir bauen, das geht. Ach, alle Gebäude gehen sogar ohne Arbeitskraft. Sehr cool. Okay, dann können wir tatsächlich doch ein paar Gebäude bauen. Und ich denke, das machen wir auch mal. Gerade in Tiflis, da würde ich gerne ein Panzerwerk Level 2 bauen. In Groschny würde ich gerne eine Flugzeugfabrik bauen, wäre nicht verkehrt. Das könnte man machen. Ich habe übrigens noch nicht herausgefunden, wie ich eigentlich Flugfelder bauen kann in den Städten. Geht das überhaupt? Weil das geht doch eigentlich, ne? Man hat ja auch Flugfelder hier in Vorosilov und in Rostov. Aber das war nur eine Flugzeugfabrik, ne? Das heißt, die reicht schon aus für ein Flugfeld, so wie ich das verstehe. Das heißt, wir müssten einfach in Groschny eine Flugzeugfabrik bauen. Und dann könnten wir dort auch unsere Bomber produzieren, die wir also gerne benutzen. Dann haben wir noch Vorosilovsk. Da könnten wir, ich denke, Baracken Level 3, das ist schon einiges. Können wir aber eigentlich machen, kostet halt Getreide. Geschützgießerei, wir brauchen eigentlich gar nicht so dringend Geschütze. Geheimlabor sehe ich auch noch nicht wirklich benötigt. Eine Industrie wäre nicht verkehrt für eine erhöhte Stahlproduktion. Oder Getreide in dem Fall. Stahl ist aber auch wichtig. Das haben wir, wo gehabt? Ich glaube, in Tiflis, genau. Da haben wir bereits eine Industrie Level 1. Die hilft da schon ein bisschen mit. Und sonst, Voroniersch und so eine Hauptstadt, da könnten wir auch mal eine Industrie bauen. Weil Schaden kann es ja nie, wenn ich jetzt mehr Stahl benutze für auch die Infrastruktur. Dann ist das sicher nicht verkehrt. Wir könnten mal in Batumi auch hier mal eine lokale Infrastruktur ausbauen. Für eine bessere Truppentransportgeschwindigkeit. Auch hier in Sukhdidi können wir eine Infrastruktur bauen. Und vielleicht noch hier. Dann haben wir das mal gemacht. Und dann haben wir bessere Wege Richtung Türkei. Denn dort wird der nächste Krieg stattfinden. Zumindest nachdem wir fertig sind mit Russland. Dann werden wir nämlich hier unten Krieg führen gegen Ägypten, gegen Libyen, gegen Spanien. Das ist der Plan. Denn Kanada wird langsam fertig werden mit den USA. Obwohl sie gerade, glaube ich, jetzt hier Truppen sammeln. In Atlantic City. Ich weiß gar nicht, warum sie das machen. Ich glaube, sie wollen dann tatsächlich jetzt schon landen. Das stimmt, haben wir jetzt ein U-Boot vor der spanischen Küste. Und auch eins hier. Ich glaube, sie werden tatsächlich direkt Richtung Spanien gehen. Das heißt, ich werde meine Bemühungen etwas verstärken. Wir sammeln ja bereits Truppen. Aktuell zumindest noch nicht hier unten. Wir haben eine größere Armee jetzt gesammelt hier um Russland herum. Die wird dann hier Russland angreifen. Ich bin bereits dort. Und kurz davor, hier einzumarschieren. Ich habe noch ein bisschen Respekt davor, denn Russland und die KI, die ist doch ein bisschen besser aufgestellt, als ich dachte. Die haben auch jetzt stärkere Einheiten. Hier ist ein Panzerwagen, auch aufgerüstete Infanterie, sogar Level 3er Infanterie. Die haben auch hier mittlere Panzer. Also ich will so ein bisschen aufpassen und nicht mich überrennen lassen von der KI. Aber wir werden da jetzt, denke ich, heute noch angreifen. Und ich denke, der erste Angriff wird kommen mit unseren Schlachtfliegern. Da haben wir nämlich vier davon inzwischen. Die werden dann hier mal Oriol angreifen und mal schauen, wie stark die sind gegen diese mittleren Panzer. Die sollten ja eigentlich gute Werte haben. 7,2 gegen gepanzert, also ja, das sollte schon funktionieren. Ich denke, die werden da sehr guten Schaden machen. Und dann können unsere Panzerwagen hier vorrücken. Die sind bereits aufgerüstet auf Level 3 BA 10 mit einem Wert von 5,9 im Angriff gegen Infanterie. Ziemlich gut. Ansonsten gar nicht mal so beeindruckend, da ist Infanterie besser inzwischen. Und hier drüben, da sind noch die alten Panzerwagen, die BA 20er. Und hier haben wir noch ein bisschen mechanisierte Einheiten oder motorisierte. Level 2er, die ganze Artillerie oder zumindest eine davon, die muss noch aufgerüstet werden. Und wir haben hier noch unseren mittleren Panzer Level 2, BT 7. Finde ich spannend, dass der BT 7 jetzt hier der mittlere Panzer ist. Aber ja, sicherlich ist er besser und hat auch ganz gute Werte. Also ja, wir werden hier angreifen in den nächsten Minuten. Wird hoffentlich nicht mehr lange dauern, bis wir ankommen. Hier oben ist so eine Luftabwehr, die werden wir gleich angreifen können. Und die rüsten noch auf schnell. Und unsere Einheiten aus dem Norden kommen auch noch dazu. Und werden dann helfen können in dem Angriff auf die Truppen in Russland. Genau, das ist der aktuelle Plan. Wir werden hier dann auch im Norden noch angreifen. Leningrad, sobald die Revolten nicht mehr passieren. Und dann geht es hier los. Und ich hoffe mal, dass die KI nicht zu stark ist, dass wir hier angreifen können. Dass auch Karelien uns nicht angreifen wird in der Zeit. Das wäre sehr nervig. Und dann wird es in den nächsten, ich sag mal, vier Tagen. Ich denke, vier Tage ist ein gutes Zeitfenster. In vier bis fünf Tagen würden wir angreifen Ägypten. Und ich gleichzeitig in der großen Luftoffensive starten von Kreta aus auf Libyen. Eventuell sogar eine Landung mit Hilfe der Marine aus der Türkei. Und dann eben einen gemeinsamen breiten Angriff gegen die Koalition. Dann noch die USA gegen Spanien. Und dann sollte sich diese Situation auch ganz, ganz schnell lösen hier. Dann werden wir als Rundensieger von dieser Karte gehen. Denn viel mehr gibt es ja nicht. Und ich denke nicht, dass Libyen alleine in der Lage ist, mit ihrer Größe uns hier zu bekämpfen. Sie sind einfach zu langsam. Sie haben es nicht geschafft, hier irgendwie Italien einzunehmen. Spanien hat es ja noch nicht geschafft, Marokko zu besiegen. Sie brauchen sehr lange. Viele Städte sind auch nicht gefallen. Das heißt, für sie läuft das ja aktuell gar nicht mal so gut. Also ja, von daher denke ich, haben wir eine gute Chance. Wir haben den ersten Platz schon lange inne. Da gibt es keine Konkurrenz mehr. Und auch im Koalitionsranking stehen wir auf Rang 1, 460 Punkte. Über die Hälfte schon geschafft von den 609, äh 904 Punkten so rum. Also fast die Hälfte geschafft von diesen Punkten. Und damit werden wir dann auch bald diese Runde gewinnen können. Also ja, es sieht gut aus. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.